Wir arbeiten mit FUMO, weil wir hier deutlich unsere Lücken in der Rechtssicherheit aufdecken konnten. Des Weiteren gibt es mir als Geschäftsführer, als Verantwortlicher und Verkehrsleiter Sicherheit, da ich jeglicher Art in der Haftung stehe. Nachdem das System aktiv implementiert wurde, hilft uns der Ampelstatus deutlich weiter, alle Rechtsvorschriften und Fristen noch einzuhalten. Das ist einer der größten Vorteile, den ich persönlich in diesem FUMO-Projekt sehe. Das ist einer der größten Vorteile, den ich persönlich in diesem FUMO-Projekt sehe.